Der PIEPS Global Finder Iridium ist ein einzigartiges Outdoor-Gerät zur Navigation und globalen Nachrichtenübermittlung. Ganz ohne GSM-Netzwerk. Der PIEPS Global Finder Iridium bietet eine Vielzahl von nützlichen Funktionen und eröffnet mit bedingungsloser Praxistauglichkeit neue Anwendungsmöglichkeiten für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten im Berg-, Flug- und Wassersportbereich. Selbst weltweite Gruppenorganisation ist möglich. Red Bull Air Race World Champion Hannes Arch verwendet den PIEPS Global Finder Iridium in seinem Flugzeug als Live-Tracking-Gerät. Im Sekundentakt werden Positionsdaten gespeichert und an Online-Maps wie zum Beispiel Google Earth gesendet. Der Red Bull Air Race World Champion eröffnet so seinen Fans die Möglichkeit, seine Flugmanöver live mitzuerleben. Mit dem PIEPS Global Finder Iridium sind sie sicher im Gelände unterwegs. Navigieren, kommunizieren und im Notfall gefunden werden. Die Navigation mit dem PIEPS Global Finder Iridium ist einfach. Ausgestattet mit Kompass und Höhenmesser zeigt Ihnen ein Positionsmenü, immer Ihre aktuelle Position und Höhe. Die Go-To-Funktion weist bei Wegkreuzungen die korrekte Richtung und über die Track-Back-Funktion finden Sie immer den Rückweg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.fond.de 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 Live-Tracking bedeutet Positionsverfolgung in Echtzeit. Ihre Freunde und Bekannten können ihren Streckenflug über die Alpen oder ihren Segeltrip durch die Inselwelt der Kornaten über Online-Maps live mitverfolgen. Wir bei PIEPS stehen mit unserem engagierten Team aus Technikern und Bergführern seit Jahren im Dienste der alpinen Sicherheit. Bisher traten wir als Technologieführer im Bereich der Lawinen Notfallausrüstung in Erscheinung. Mit dem PIEPS Global Finder erreicht unser alpines Sicherheits-Know-how eine völlig neue Dimension. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von Freizeitaktivitäten über den Arbeitsschutz bis hin zum Einsatz bei Naturkatastrophen. Überall dort, wo das GSM-Netz nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht, kommt der Global Finder zum Einsatz. Durch die Nutzung des einzigartigen Iridium-Satelliten-Netzwerks bieten wir die Möglichkeit von wirklich jedem Punkt der Erde eine Verbindung zu Familie, zu Freunden oder zur Notrufzentrale herzustellen. In der rauen Bergwelt können aktuelle Wetterinformationen überlebenswichtig sein. Mit dem PIEPS Global Finder Iridium können Sie zum Beispiel Wetterinfos anfordern und viele weitere Servicedienste nutzen. Zudem ist der PIEPS Global Finder Iridium mit einem Barometer ausgestattet, der Ihnen Luftdruckwerte und Tendenzen liefert. PIEPS Global Finder Iridium In Kontakt mit der Aussenwelt senden und empfangen Sie Textnachrichten, E-Mails und Postings. Auch dort, wo das GSM-Netzwerk nicht mehr funktioniert, bietet Ihnen der PIEPS Global Finder globale Abdeckung über das Iridium-Satelliten-Netzwerk. Die Seidel Holding ist ein österreichisches Familienunternehmen und wir sind in verschiedenen Bereichen tätig. Beim PIEPS Global Finder sind wir doppelt stolz, denn einerseits freut es uns, über die Firma PIEPS eine Weltneuheit präsentieren zu können, die auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation, Navigation und Rettung völlig neue Maßstäbe setzt. Auf der anderen Seite freut es uns sehr, dass wir dieses hochkomplexe Produkt hier an unserem Standort der Seidel Elektronik in Deutschlandsberg präsentieren dürfen. Der PIEPS Global Finder muss an jedem Ort auf der Welt bedingungslos funktionieren und erfordert daher eine absolute Praxistauglichkeit. Durch unsere hohen Qualitätsstandards und Anforderungen, die wir an uns selber setzen, stellen wir dies Made in Austria sicher. Ob bei Forstarbeiten im unüberschaubaren Waldgebiet, beim Pipelinebau fernab der Zivilisation oder bei groß angelegten Suchaktionen von Einsatzkräften. Der PIEPS Global Finder Iridium eignet sich für weltweite Gruppenorganisationen jeglicher Art und erhöht zudem die Arbeitssicherheit. Wann immer Sie Hilfe benötigen, mit dem PIEPS Global Finder Iridium können Sie im Notfall von jedem Punkt der Erde ein SOS senden. Der Notruf wird mit den aktuellen Positionsdaten an eine Zentrale geschickt, die alle weiteren notwendigen Rettungsmassnahmen einleitet. Der Notruf wird die Messer und die découvreien, die Kerbasen geschickt wird. Schöpfliche Geräte und Erkrankungen aus der Welt als Hitler geschickt wird. Die Wann, in der Welt sind archiviert. Bis zum nächsten Mal.